Damit wir bei Elche Valley sind und nicht mehr oben bei Litterana? Ups Äh Ne Ich war noch nie da Nein Nächstes Jahr geh ich vielleicht Bist du da, Futur? Natürlich, Donnerstag und Freitag Oui Okay, verlegen, eh g- ne Haben sie schon Ich will YouTuber treffen oder was? Ich will gucken, vielleicht mach ich ein paar Bilder, mach ein Video drauf Leute, Mani Lake Satellite Du kannst ja auch so'n Fowl-Log oder Vlog oder wie du auch immer heißt machen Ja genau, weil ich mich euch zeigen will Mani Lake Satellite? Was? Wir verteidigen gegen Litterana oben Moin moin Ich bin's Oh nein Irgendwas klappt dir wieder nicht Ach was Spiel läuft nur TS läuft jetzt nicht Mani Lake Satellite Aber was heißt Du redest gerade im TS Aber das ist schon klar Jaja Das ist schon Das wusste aber Ich kann immer noch nicht dort spawnen Ähm Overwolf sagt mir jetzt zum Beispiel Ähm Dass ich da drüber nicht Deemswick starten kann Ich kann nicht spawnen Weil irgendwas fehlt Weil irgendwas fehlt Du und dann sollst du nicht am Bio-Labor spawnen Dann gehst du eine Station runter Set Spawn Beacon Bässe Scheiße Ich mein die Bässe Schnitzel Was ist das für ein Spawnsystem? Es ist behindert Es ist Spawn Ja stimmt aber weil das Mani Bio-Labor ist weiter weg als Ah man kann spawnen Ja Schnell Bevor du fährt Ich frage jetzt nur ob's viel Sinn hat 71,29 Das kriegen wir hier hin Nicht genug Fleiß Ja Guck mal jetzt hat der Futan gesagt wir schaffen das also Aber er hat sich ja vorhin auch schon geirrt also Renn Ducky ren Ja nehmt leichte Schmeißt C4 über die Wände Das macht dem ein bisschen Damage Au Ich komm nicht mal raus Achso Danke Dark Bin eh Oh shit Oh Also Markus kommt in 5 Minuten Dann haben wir fast die Hälfte der Aufnahmen schon hinter uns Das war auch Rotan ist müde der sich hingelegt Ja Ich leg mich dazu Aua 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 Was schießt ihr auf mich? Oh nein die weg da Nein Boah Alter was hat mich denn da beschossen Ähm Servus Ich weiss nicht ob wir den Job mit den kriegen aber wir können Echo Valley kriegen Aber wir können Echo Valley kriegen Echo Valley Substation Ich weiss nicht Ich weiss nicht Rechts nehmen war das unsere Lösung Ich kann dir sagen ob wir das kriegen Nein Da unten wo sich die Zeit dreht Nein Servus Hab ich schon gesetzt Okay Lass mich das sicher nicht mehr herbewerfen Ja toll soll ich da spawnen ist der Punkt weg Oh ich kann das spawnen Genau was ich draufgeklickt habe Oh da ist er wieder Ich hab ihn Leute In 5 Minuten muss ich auf Okay Okay Muss ins Bett Ne Bist du noch hell Ja Vielleicht hat er was besseres zu tun Au Oh nanieren Oh Rot daran Ganz großes Pfui Pfui Ja musst du den Pieps überlegen Eben das ist ja nicht Jugendfreude da muss man ja echt zensieren ja Ja Was hast du erwartet Eben das mit dem Hund muss ich auch zensieren Oh ne Ja am Arsch zensiere ich das eh Mann Ducky hör auf mich da drinnen zu reviven Mensch Genau Ducky was machst du da Der Gemma hält mir typisch durch die kommt nur du nicht Ich schlieg aber auch dort ne Ja ich komm mir da noch nicht ran Na guck mal ich hab schon wieder Ja Klepto ist da denke Ja ich bin tot Achso mich darfst du wieder überlegen Ach Gott Ja in Richtung ist verloren Klepto ist der Held Ne wie denn Wo denn Wie denn wir haben doch Elchville Valley gleich Eeeh Mega du weißt schon damit du bei Elchville Valley sind Und nicht mehr oben bei Deterana Ups Ups Scheiße Au Oh du hast einen Syndera Jo, ich hab meine Arbeit. Ames Gruppwegpunkt ist der Sandor. Ach ne. Wirklich? Jo, echt jetzt. Aua, was war denn das bitte? Der Schießwerfer. Seht ihr kriegt die Granate? Die ist schön. Ne krieg ich nicht, oh ja krieg ich. Krieg ich nicht, doch krieg ich. Ach sch**t. Der Sandor? Ja. Der Sandor kann nicht tot sein, er kann nur zerstört werden. Ne ganz weiser. Aua. Da muss man jetzt so ein ewiges... Aua. War das jetzt schon 5 Minuten? Ich hatte meine 4 Minuten, ja. Ja, das glaub ich dir. Das tut eine 4 Minuten natürlich. Die kommen wieder auf Scheiße. Nicht gehe. In die Kaum gehe ich. Ich rieche ungünstig. Ach Gott. Wenn du stirbst schon. Ach Gott. Oh, ich hab einen mit der Granate vom K.O.T. vorgehüpft. Ich hab doch. Kannst wieder aufstehen. Dankeschön. Ne. Die überlegte das gut. Hallo? Ehe, die kommen beim A-Punkt. Ach ne. Steht das schon in der Max? Wirklich? Wirklich? Der Rotterrand, du kannst das immer noch nicht. Das macht nichts, Sacki. Alter. Was denn? Nein. Wir haben auch noch einen Sandi direkt vor der Tür. Oh, da kommt ne Max. Oh. Ich hab ja gesagt. Da kommt noch ne Max. Ich hab kein C4 mehr. Scheiße. Die schon. Na toll. Hab die Max. Auuu. Aua. Meiner. Danke Ducky. Du Idivideum. Ducky. Oh. Noch ne Max. Nicht Max. Max. Da drüben stehen auch Maxes. Sack. Nein, noch mehr Maxes. Noch mehr Maxes. Ne, da komm ich aber nicht ran. Nein, nein, nein. Das reicht nicht. Scheiße. Oh. Wer hat, wer schmeißt hier Granaten vor? Entschuldigung. Wenn das jetzt wieder Orbs ist, dann... Ne, ist Odif. Ne, es war die Max selber. Was? Oh, da. Da wollte schon wieder drei Leute von Orbs drauf. Hätt's auch rüberlaufen können, du volles Stück. Nein, da oben ist ne Max, da komm ich nicht hin. Machst du weg? Auf der rechten Seite hinter den kleinen Haus ist auch ein getarnter. Die Max. Och. Ich bin tot. Das ist schlecht. Wieso? Ich auch. Ich kann es nicht mehr durch pushen. War ne gedötet, der hat ne Zahlung an. Wie, wie, wie Bremsstreifen. Wollen wir das Haus jetzt pushen lassen? Ja, von Reifen, was ihr denkt jetzt schon wieder. Ja. Das ist alles so brett! Ich weiß nicht, ob ihm der Lightning weg macht. hat ich glaube da habe ich damit richtig geraten passen da kommt wenn wir uns auch mal ein paar sachen da ist es noch leute ihr seht ja gar nichts musst du auch was macht ja ich bin auf platz 2 wie toll ist das ich bin gar nicht mehr da kommt wieder einer hinter mir oder es nur gegner hat ihr am balkon wirklich hat es alle verpasst er hat ja nie wirklich gesagt nicht ach nee wirklich ich mache es genauso auch bei 8 wirklich nur bei 8 wirklich nicht bei neben nein das ist nicht wahr ist es wohl das ist nicht wahr ist es wohl ach nee wirklich ja zusammen machen wir es aber nur bei 8 wirklich da ist gar nicht wahr da ist von bäcken ist da sind wohl ein so gut ist es safe wo ist sandra ich will sandra du hast sowieso dass ich recht habe ja du hast recht ich meine ruhe und alles gut er ist so gelb es ist schule fahrer wer kommt da los war doch mehr verlieren noch den alarm der beruf setzt du vorsicht mienen verteidigen oder greifen oder dann war der zauber mal hier alles reinge lassen sie punkt doch erstmal hier verteidigen ja ich muss nachladen als selben habe ich das problem nicht weiter sagen die breit gerade wieder da drüben bei dem haus bei den kleinen wo vorher der wegpunkt war zumindest versucht hat nein er hat die breite ich hab sie gefunden die anwaffen und hause nennt oman oman nein welcher einsatzschild leute die betelgeuse dieser geil ja wir wollen jetzt mit ihr zu spielen ist kein gegen nicht deswegen wird auch genervt schon wieder ich habe sandra gefunden ach nee wirklich du weißt was ich gestern gesagt hat noch einmal eine woche bahn ja weil ich jetzt mit absicht immer falsch macht sich hin wenn meinst du dich ich hatte das mikrofon im youtube schon hattest du nicht klar das mache ich die ganze zeit schon ne weil ich mein kleines kursen genehmende sitzen deswegen habe ich das mikrofon immer wieder aus aber egal ja komisch warum haben es die anderen auch gehört